hallo ich bin der achim und das ist hier die null nummer von we want beer was ist we want beer das will ich eigentlich hier erklären we want beer ist eine domain und twitter account den habe ich mir 2010 2011 mal gesichert weil ich einfach den namen geil fand und bier mag dann hatte ich ganz viele ideen aber über die jahre ist auch nie was damit passiert mehr oder weniger und ich habe ja auch das motto hashtag machen und da habe ich dann vor ein paar wochen mich einfach hier hingesetzt im biercafé west mit dem juni und wir haben biere probiert das macht er eh weil er muss ja hier neue biere listen und möchte natürlich vorher probieren gucken was kann man auch anbieten und wir haben sagt aufgenommen wie gesagt und wir hatten eine menge spaß dabei und ich fand auch ganz unterhaltsam und habe gedacht ja dass das haben wir jetzt einfach raus wir sind keine bier sommeliers wir sind bier liebhaber vieles ist angeeignet wir haben total unterschiedliche schmecker und haben spaß dabei und vielleicht findet ihr es auch unterhaltsam und guckt euch das an das wäre natürlich ideal wir haben dann auch mal direkt eine zweite folge gemacht weil so viel spaß gemacht hat und ab der dritten folge ist der tim dazu gekommen der tim agiert als regisseur kameramann macht den schnitt und da haben wir auch noch mal ein komplett anderen level erreicht weil wir mit zwei kameras gearbeitet werden besseren ton bessere ausleuchtung und ich glaube wir werden sogar noch mal ein oder zwei weitere schritte machen können und da freue ich mich auch drauf aber wir wollen wir sollen mehr sein als nur juni und ich testen biere wir haben überlegt halt man könnte irgendwo hin will ganz ich brauche rein angucken ich bin sehr viel in der welt unterwegs und gehe dort in kraft für bars und könnte vielleicht auch mal unterwegs ein video machen wie die lokale kraft bis zähne ausschaut das kann ich mir auch spannend vorstellen vielleicht gefällt euch das auch und auch das ist so wie wir also in dem format geht es logischerweise um bier aber unterschiedlichste inhalte werden wir versuchen dazu präsentieren ich der juni eventuell kommen auch noch andere leute hinzu da bin ich mir auch relativ sicher dass das passieren wird und wir werden einfach eine menge spaß haben eine menge bier trinken und hoffentlich auch dabei noch unterhaltsam sein und vielleicht auch das ein oder andere wissen vermitteln also wenn ihr bock habt dann guckt euch an idealerweise natürlich mit einem leckeren bier euren lieblingsbier oder vielleicht ein bier was ihr gerade entdeckt und hinterlasst uns gerne feedback in den kommentaren oder auch sonst wo wir sind ja einfach zu finden ihr könnt auf facebook gehen ihr könnt auf twitter gehen ihr könnt bei youtube bleiben wie ihr wollt natürlich abonnieren die glocke leuten wie es der professionelle youtuber so sagt müsste aber nicht trinkt einfach bier hat spaß und ich hoffe wir sehen uns dann in der nächsten folge also bis dahin bleibt positiv ich freue mich jedenfalls bis bald